Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Maya-Kalender am 29. Juni 2019 Die alten Mayas, und das war ein Hochkultur, haben ein ganz präzisen Kalendersystem ausgearbeitet. Sie haben mit der Natur in Einklang gelebt und auch mit kosmischen Einflüssen in Einklang gelebt. Leider wurde ein Teil von diesem Kalender zerstört, durch die Inquisition, aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns etwas fremdartig erscheint, ich möchte dieses Kalendersystem näher bringen. In diesem Kalender gibt es 20 Wellen. Diese Wellen bedeuten Schwingungen, Frequenzen. Die Mayas nennen das auch Tönen. Und eine Welle dauert 13 Tage lang. Die Zahl 20 und die Zahl 13 war die heilige Zahl der Mayas. Wir befinden uns gerade in 16. Welle in diesem Kalender und das dauert bis 6. Juli 2019. Über diese Welle herrscht Kib. Das ist das Symbol dafür und übersetzt bedeutet Eule. Diese Welle ist die Welle des Wissens und die Welle des Verzeihens. Regiert von Eule, verbunden mit der Fähigkeit, im Dunkeln zu sehen und dort Weisheit zu erlangen. Und das bedeutet in die Tiefe schauen. Alte Schmerzloslassen, das ist die Zeit, die Befreiung und inneres Wachstum. Die heutigen Tag ist der sechsten Tag dieser Welle und herrscht die Zahl 6. Und das haben die Mayas so gezeichnet. Die Mayas beschreiben diese Zahl als Erlösung, als Heilung oder Offenbarung, etwas Verborgenes sichtbar zu machen, in Vertrauen bleiben und etwas in Fluss bringen. Die heutige Tagesenergie ist Imisch. Das ist das Symbol dafür und bedeutet Urmeer. Mutter Erde, Urvertrauen, die Emotionen, bedeutet auch Empfänglichkeit, Mütterlichkeit, Geborgenheit. Wir nehmen unsere Emotionen sehr intensiv wahr und das sind tiefen Gefühle. Die heutige Krafttier ist Delfin. Und das war die Botschaft aus diesem Maya-Kalender. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici.